angst darum geht es heute hier in diesem video angst panik ängstlichkeit im allgemeinen und auch ganz starkes bedürfnis es muss alles immer sicher sein ich brauche ganz viel sicherheit bei einer buchung vom hotel bei ich muss zehnmal gucken ob die herdplatte aus ist ich bin ganz ganz ängstlich und verunsichert und muss ganz viel kontrollieren damit ich mich sicherer fühle was für ein stress oder dagegen gehen wir heute an und zwar aus sicht der traditionellen chinesischen medizin und wir schauen uns an welches organ und das ist genau das thema hängt mit der mit der emotion angst zusammen und das sind die nieren die nieren hängen ganz eng mit der angst zusammen mit dem gefühl von angst das heißt wenn die nieren auf eine gewisse art geschwächt oder blockiert sind dann macht sich das bemerkbar und das kann von geburt an sein das heißt das muss nicht immer etwas sein was man irgendwann entwickelt oder weil man eine woche sich zu wenig bewegt hat oder so sondern das kann von geburt an sein wenn man schon immer ein ängstlicher mensch war oder man das von den eltern übernommen hat und man sagt das ist halt vererbt wir waren alle immer ängstlich in unserer familie quatsch dann hört das jetzt auf weil du kannst dagegen was machen da gibt es methoden und wir können ganz gezielt das thema angst und auch das thema zum thema angst finde ich gehört auch immer was ich vorhin schon sagte dieses überzogene extreme kontrollieren müssen und sicherheitsbedürfnis ein zu hohes sicherheitsbedürfnis dahinter steckt ja angst das heißt wenn man merkt wenn leute mit mir irgendwas zusammen unternehmen muss alles immer das programm umgeschmissen werden weil ich mich ständig unsicher fühle und ängstlich fühle und ständig dinge immer so anders gemacht werden müssen damit auch ich mich wohl fühle und wenn du dir das schon auffällt dass du so ein typ bist dass alles immer nach deiner nase gehen muss nicht weil dir das gefällt sondern weil du so viel angst hast einfach dass es anders wäre oder auch ältere menschen die im alter immer ängstlicher werden immer unsicherer werden dann hängt das aus sicht der chinesischen medizin ganz einfach mit nieren energie zusammen und nicht weil wir im alter immer mehr die wahrheit erkennen und allen grund zur angst haben sollten nein nein im alter das alter ist das ist die lebensphase der weisheit der goldene herbst den sollten wir genießen und nicht in ängstlichkeit und unsicherheit darben daher tun wir was dagegen und wir nutzen in der chinesischen medizin natürlich auch akupunktur und so weiter damit könnte man die nieren stärken moxibustion wäre ein thema das heißt nadeln in die nieren im nierenbereich nadeln reinstecken und dann noch so brennende kräuter draufsetzen dass so die hitze der kräuter durch die nadel nach innen geht und so das heißt wärme ist für die nieren sehr sehr gut ein gutes medikament aber viele menschen die sehr ängstlich sind lieben eh schon wärmflaschen nur da ist meistens nicht so diese exaktheit da man legt sich irgendwie die wärmflasche in bauchbereich und fühlt sich dann sicherer aber wir gehen noch einen schritt weiter und sagen hey die beste übung die einzig wahre übung ich würde dir heute gerne zehn übungen vorstellen aber es gibt nur eine die einfach zu genial ist um danach noch andere zu nennen und das ist stehen wie ein baum stehen wie ein baum die qigong übung stehen wie ein baum wenn du sie noch nicht kennst ich werde schon hier fast müde wenn du sie noch nicht kennst macht den 15 tage gratis kurs da ist auch die übung stehen wie ein baum dabei wird komplett gelehrt du musst dich nur zurücklehnen oder beziehungsweise hinstellen die übungen mitmachen oder wenn du sagst ich will kein kurs um mich nirgendwo registrieren auch ohne abo nicht dann geh doch einfach ins suchfeld hier auf meinem kanal auf dem qigong club kanal und gibt da einfach nur stehen wie ein baum ein und dann kriegst du exakt nur diese übung geliefert das funktioniert und diese übung würde ich empfehlen dass du die am anfang mindestens fünf minuten am tag machst später besser zehn minuten am tag und das ganze mindestens vier bis sechs wochen das ist auch mit die längste zeit manchmal reagiert das schon nach 123 tagen dass du merkst es wird wirklich besser aber nach vier bis sechs wochen wenn du die übung täglich machst und die hat nicht nur vorteile dass wir ein weniger angst hast oder irgendwie mutiger wirst sondern du fühlst dich im allgemeinen stabiler sicherer lockerer mehr was kostet die welt hast auch einfach mehr energie als solches bist klarer im kopf diese übung die ist wirklich so genial aber eben bei dem thema angst angststörungen panikattacken und so weiter ist stehen wie ein baum wirklich unerreicht und das schöne ist du kannst dabei auch musik hören oder sogar auch fernsehen gucken bei der übung aber sagen wir es mal so auf dauer solltest du die schon zehn bis 15 minuten am tag machen das heißt auch nicht dass du die ein leben lang machen muss sondern ich würde sagen mach sie vier bis sechs wochen und guck danach wie geht es dir jetzt damit mit der übung wie hat sich dein alltag verändert und wenn du merkst wow alter das ist so geil geworden dann probiere mal die übung dreimal die woche zu machen und guck mal ob das genug ist wenn es genug ist wir springen nicht höher als es von uns verlangt wird wir sind gute pferde also von daher ich bin nämlich auch so einer von der faulen fraktion ich will nicht einfach nur weil das für einen gut ist müssen gleich 100 leute so hoch springen nee das heißt wenn dreimal für dich die woche genug sind dann kannst du das auch herausfinden aber die ersten vier bis sechs wochen empfehle ich dringend jeden tag mindestens die erste woche fünf minuten am tag kannst auch zweimal am tag fünf minuten machen aber wenn du merkst das fällt dir nicht besonders schwer dann macht gleich zehn minuten entweder einmal oder zweimal am tag zehn minuten und dann wirst du merken dass wirklich die das gefühl von panik angst und auch innerer anspannung dann und auch manchmal kältegefühl was auch im körper leichter entstehen kann bei menschen die viel angst haben dass das weg geht oder auch manchmal ein gewisses enge gefühl enge hängt ja auch sprachlich mit angst enge zusammen das heißt dieses gefühl von einer art innerer anspannung was in den nieren und dann auch in der lunge ist die atmung wird flacher wenn wir panik haben und dieses durchatmen wieder ja das ist ein ganz wichtiger schlüssel und das wäre sozusagen der beste zugang aus meiner sicht vom qigong um mit dem thema angst und der den organ nieren zu arbeiten was für die nieren auch immer noch gut ist ist ginseng wenn du jetzt fragst was für ginseng und so weiter du kannst dir auch einfach noch das video qigong im winter qigong im winter einmal anschauen auch auf diesem kanal gibt es einfach im suchfeld ein qigong im winter da ist auch noch mal die wichtigkeit von stehen wir ein baum und ginseng da geht es auch genau um dieses thema nieren guck dir das sonst auch noch mal an das dürfte dir die auch noch mal weiterhelfen und dich inspirieren so dann haben wir würde ich sagen alle emotionen zumindest aus sicht der chinesischen medizin mit dem heutigen video abgedeckt ich freue mich riesig dass du vielleicht sogar alle teile mitgeguckt hast und dass du inspiriert wurde ist was kann man machen wenn man gewisse emotionen hat aber als abschließenden als abschließendes argument noch mal von mir ist so das ist so eine grundregel von mir normalerweise nicht überreagieren das heißt ja qigong kann man auch so als hausapotheken schränkchen nutzen und wenn ich einmal dieses gefühl habe mache ich die übung wenn ich angst habe mache ich die übung wenn ich das habe mache ich die übung aber da macht man sich auch häufig verrückt das heißt diese serie die wir jetzt heute abschließen emotionen und organe und auch was tue ich was für eine übung mache ich da klang eigentlich schon durch mach am besten einfach die fünf übungen im wechsel durcheinander gemischt so wie es nach plan ist wie es in dem kurs der beigebracht wird diese übungswechsel wie sie stattfinden mach die einfach so da deckst du alles ab und kannst nach und nach von woche zu woche einfach sehen wie es dir immer besser geht ohne alles verstehen zu müssen wenn du aber jemand bist gesagt ich will aber alles genau verstehen was da mir passiert wieder was wird dann kannst du natürlich auch die übungen einzeln die raussuchen zu den einzelnen organen aber ich würde empfehlen wenn du nicht wirklich eine große blockade und störungen hast mit dieser einen emotion sei es angst traurigkeit oder so und du merkst wirklich das zieht sich durch dein ganzes leben diese emotionen wenn das nicht der fall ist dann würde ich dir auch nicht empfehlen da explizit unbedingt übungen für zu machen sondern dann lieber die fünf übungen man hat jeder ist mal sauer jeder ist mal traurig nur wenn du merkst dass du wirklich seit sagen wir es mal so wochen monaten oder jahren oder jahrzehnten schon in bestimmten negativen emotionen fest hängst oder immer wieder ganz heftig den begegnest in dir dann wird zeit sich damit auseinanderzusetzen und mal was dafür zu tun gut ich hoffe die hat diese kleine serie gefallen ich würde mich freuen wenn es dafür den daumen nach oben gibt oder du das auch teilst mit anderen leuten und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder im nächsten video oder bis dann ciao